Hey Boss, was klauen wir heute? Das Gold von der Bank. Gut, dann geht's los. Na dann vorwärts. Ich bleibe lieber hier und trage die Verantwortung. Die Treppe geht ja nur nach oben. Dann nimm doch die Abkürzung. Tschüss. Gib mir dein Gold. Das ist ein Banküberfall. Du Idiot. Die Bank ist da drüben. Mach doch in Zukunft selber. Herr Los, das ist ein Überfall.